Torpedo Moskva Torpedo Moskva Hani da Fuck Was jetzt? Oh Oh, kann ich mal powerfreistoß? Rot. Oh mein Bruder, der hat aber eine längere Nase. Raumposition 5, Powerfreistoß. Aber besser konnte es echt nicht laufen. Naja. Kommt schon. Wenn es 1,0 Stünde. Ja. Und die rote. So von der Seite brauche ich wahrscheinlich einen Testschuss, bis ich dich habe. Jetzt. Bisschen kürzer, oder? Ja. Ja. Okay. Richtung hat gepasst. Ja. Boah, scheiße, wie soll ich denn da rankommen? Wie geht der denn hoch, ey? Ja. 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 Das war optimistisch. Hätte es mit der Hacke zurücklegen können. Ja. Dann hätte ich dasselbe mit dem linken gemacht, was du mit dem rechten startest. Ja. Oh, ein bisschen Glück, Mann. Oh. Das ist unser Abwehr. Ja. Ja. Ich fühle mich flach an. Okay. Da war es schon geschehen. Oh mein, du Arschloch! Ja, gibt nicht mal ab, wenn man fordert, der Bot. Mein Gott, ey. Was für ein eigensinniger Bot. Ja, na haut er mich auch noch um. Wahnsinn. Und? Ja, hab gedrückt. Jetzt. Das ist mir Jens, der steht. Nein. Schade. Aber nicht schlecht, wir machen gut Druck. Ja. Ach, den brauchst du nicht zeigen, wo ich dahin gezielt habe. Der wäre nur zufällig ins Tor gegangen. Aber wenn der Botter mal weggehen würde, ne? Jens, soll ich mal auf dich spielen? Jetzt. Aber zu kurz diesmal. So schwer ist das doch gar nicht. Oh Gott. Ja, aber ich habe kurz am Jens geguckt. Der ist da ganz frei gestanden. Jens, ich probiere es jetzt mal auf dich nach hinten. Wenn du wieder so frei stehst. Du musst das situationsabhängig machen. Ja, wenn er wieder so frei steht. Ja, wenn ich frei stehe, ist auch nicht schlecht. Okay. Drüben, der Jens. Was macht der? Toll. Geht doch. Hans, du bist doch ruhig. Was ist da los? Ja, ich gucke Sportschau. Also hier. Irgendwas guckt der Jens. Ich weiß nicht, ob das Match bis zum Ende geht. Taks, Jens, Taks. Und ich da. Ja, weil er spielt ja. Kommt schön, ne? Spielen tut er ja. Ja, spielt mal. Spielt die Zeit runter. Ist auch richtig so. Laufst du? Ja. Naja, aber... Das war eine gute Situation für den Doppelpass. Ja, ich dachte, du läufst. Ich meine, du wärst allein aufs Tor gelaufen. Nee. Oh ja. Definitiv. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin ja. Okay. Ja, ich bin ja. Du bist nur ein bisschen. Okay. Ich bin ja. Bist du her. Ich bin ja. Okay. Und ich bin ja. Ich wollte schon sagen, solche Bälle fängt er, aber dann, solche Bälle werdet er mit links ab? Ja, Flugfahrt war der, hab er euch noch gebraucht. Aha, das ist sehr geil. Russische Bratte, Bratte. Russischer Bruder. Unser, und? Ah, nee, schade. Ja klar, genau. Lächerlich. Oh, kein Pfeil von Bad. Wir sind hinten viel zu offensiv da. Nochmal irgendwie defensiv, stell mal ein. Defensiv. Ja. Okay, ich stehe wieder. Ganz wie einer auf die Rippen bekommen oder so. Nicht dorthin. Andere Richtung. Richtig nicht. So, der sollte zurückgehen. Warum macht er dann nach vorne? Ja, geht nicht. Wir führen. Ja. Wir führen. Äh. Ja. 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 R ferment dein� das segeriert. Honestly, da sided nicht sagen, 도 War. Oben lang? Na klar, leck mich doch am Arsch. Kammer. Ja, jetzt hat er ein Pfeilrücktier gehalten. Extra-Punkte. 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 Taaketnicke. Ich habe einen Bewacher. Dein Bruder, dein Zwilling. Oh. 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 Was war? Nicht mal bemerkt. Ein bisschen zu früh. Aber gut gesehen. Vielleicht auch der lange Pass in dem Fall. Ja. Weiß nicht. Ach, dort geht er hin. Am Jens. Sollte er gehen. Oh, nee. Nee. Wieder geht er zu dem. Jedes Mal, wenn ich am Jens spiele, geht er zu einem anderen. Oh, Boaz. Geht der Wichser am Weg, ey. Da klappt aber auch gar nichts. Wie habe ich das Gefühl, wir spielen zu zehnt. Kann doch nicht wahr sein. Mal sehen Sie. Sonst geht es. Was war das? Mein Mann ist seit Jahren zu Teinempo. Ja. Und das sind nicht. Neu. Was war das? Was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, okay. Was war das? Was war das? Oh, cool. Also war das? Das war das war. Ich war das. Was war das? ier-Froß. Ich war das. Oh, und war das war das? Lass liegen, lass liegen Ja, auf dem linken Pfosten Also hier, linkes Finbike Jetzt Mal kurz anspielen würde er auch gehen Sollte ihn ruhig ins Tor probieren Ich fühle mich kurz an War ein guter Versuch Klar MAAAN Und ein lang Nichts Schleche Weigern Schleche Schleche ich habe mich gerade wegbewegt als wären die zu 11 das kann noch nicht wahr sein das ist unglaublich wir lassen den Ball nicht laufen wir sind einer mehr da müsste man immer den Ball laufen lassen wieso ist da nicht mehr Schwung drauf wieso ist da nicht mehr 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 Mit der... wie war das? Mit der Hacke, glaube ich. Ich hab hier L2 gedrückt. Ah, so mit dem Innenriss quasi. Ah ja, so, okay. Schön. Das war ein schönes Traum. Guter Angriff. Ja. Nein. Nein. Mann. Klar. War gut. Jawoll. Sind wir das Finale noch? Denke ich schon, oder? Ja, und danach ist Feierabend. Ja. Feierabend. Schager. Schmerz. Schmerz. Das war's für heute.